Heute reden wir darüber, wie du in den nächsten Tagen richtig krasse Coins machen kannst. Dazu ebenfalls über die bekannten Leaks und was wird uns eigentlich ganz genau erwarten. Dieses Warm-Up-Event besteht darin, ganz viele Objectives drin zu haben, ebenfalls auch noch krasse SBCs. Gerade diese SBCs beeinflussen den Markt sehr, sehr stark, weswegen man momentan schon relativ gut investieren kann. Was ebenfalls aufgegriffen wird, sind besondere Special-Karten aus den vergangenen Promoteams. Das bedeutet, wir können unter anderem Future-Star-Karten bekommen, Road to the Final-Karten oder sogar auch Toti-Icons. Und gerade hier haben wir schon den ersten Leak bekommen und zwar wird irgendwas in Richtung Road to the Final kommen. Es kann bedeuten, dass wir einige Spieler bekommen, es kann bedeuten, dass wir neue Karten im Road to the Final-System bekommen, aber ich gehe davon aus, dass alte Karten wieder neu reinkommen. Unter anderem wurden jetzt aber auch Icons geleakt, die in der Promo rauskommen sollten. Unter anderem ist das die 91er-Toti-Icon-Karte von Ashley Cole, die als SBC kommen sollte. Gleichzeitig haben wir noch den Toti Nesta, der ein 94er-Rating hat und der kommt als SBC oder Objective, das ist noch nicht ganz klar. Weitere Objectives, die wir bekommen werden, ist Foot Birthday, El Sharawi, Foot Fantasy, Sloboschlei. Wir kriegen auch noch Centurion, Yordi Alba und die Future-Star-Karte von Willock. Grundsätzlich wird erwartet, dass wir nicht nur den Re-Release von alten Karten bekommen, also von alten Promos. Nein, wir bekommen auch noch mehr Icon-SBCs als in den vergangenen Tagen und die meisten Icon-SBCs werden aus den vergangenen Promo-Events sein. Das bedeutet zum Beispiel eine Foot Birthday-Icon oder eine Toti-Icon oder eine ganz normale Prime- oder Mid-Icon. Was kannst du also mit diesem Wissen machen? Das ist ganz einfach und zwar kannst du in High-Rating reingehen, also alles ab 87 aufwärts kannst du reingehen. Das Problem ist, noch solltest du es nicht tun, sondern erst Richtung Donnerstag, Freitag, wenn du siehst, dass die ganzen Karten gesunken sind. Und jetzt haltet euch fest, wir kommen zu den Highlights des Team-of-the-Season-Warm-Up-Events. Als allererstes bekommen wir Daily Login-Bonis. Das bedeutet, du loggst dich bei Ultimate Team ein und bekommst einen Bonus. Manchmal ist es ein Pack, manchmal sind es Coins, manchmal sind das Leihspieler, manchmal auch normale Karten. Ob es jetzt ein 10k Pack im Shop geben wird, ist leider noch nicht bekannt, aber man kann sich das durchaus vorstellen. So, und jetzt erkläre ich dir, warum du in Low-Rating reingehen solltest. 83er und 84er Karten. Die 83er sind momentan bei über 1000 Coins. Wenn du letzte Woche investiert hast, halte diese Karten auf jeden Fall. Wenn du noch nicht investiert hast, schau dir an, wie die Preise sich am Donnerstag verlaufen oder sogar auch am Freitag. Denn wenn du nämlich siehst, dass die 83er aus irgendeinem Grund noch unter 1000 Coins gehen sollten, dann schnapp zu. Schnapp so schnell zu, wie du nur kannst. Das gleiche gilt auch für die 84er Karten. Siehst du die 84er Karten um die 3000 Coins rum, das heißt 3200, 3300, dann schnapp auch dazu. Jetzt fragst du dich natürlich, warum, wieso, weshalb und natürlich wissen das auch einige von euch schon. Wir bekommen Ligen-Upgrade-SBCs und zwar 81 plus 11 SBCs. Doch das ist noch lange nicht alles, halt dich fest. Bei den 81 plus SBCs bekommst du natürlich 11 81 plus Spieler aus einer Liga. Das bedeutet, wir werden die Top 5 Ligen haben als SBC. Du kannst also 11 mal 81 plus Premier League bekommen. Du kannst einmal die SBC abschließen von 11 mal 81 plus Bundesligaspielern, Liga, La Liga und Serie A. Jetzt stellt sich nur die Frage, müssen wir Spieler aus den Ligen abgeben, in denen wir die Ligen-SBCs machen wollen? Oder reicht einfach das generelle Rating dafür aus? Und das kann ich euch nicht beantworten. Was ich euch aber beantworten kann ist, wenn ihr in 83er und 84er investiert, dann geht am besten in die League A oder in die Premier League und gegebenenfalls auch noch in die La Liga, weil da einfach die attraktivsten Spieler für Ultimate-Teamspieler drin sind. Das nächste krasse Ding, was wir bekommen könnten, was die 84er und 85er Karten besonders beeinflussen könnte, sind die ganzen Party-Back-SBCs. Es ist noch nicht ganz klar, also müssen wir das Ganze mit Vorsicht genießen. Aber dadurch, dass in der Promo viele alte Promokarten wieder aufgerollt werden, ist es natürlich ein Indiz dafür, dass wir eine Party-Back-SBC bekommen können. Und sehr wahrscheinlich wird diese dann auch wiederholbar sein. Die Leaker diskutieren gerade, haben noch nichts komplett bestätigt. Sobald etwas bestätigt wird in der Richtung, werde ich euch das in meiner Insta-Story zeigen. Der Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Aber gerade diese SBC kann noch für Panik sorgen. Das bedeutet, Special-Karten können bei dem Release des Leaks und bei dem Release der SBC nochmal an Preisschwankungen erreichen und da nochmal runtergehen. Das bedeutet, wenn ihr seht, dass solche SBCs rauskommen und die Schwankungen stattfinden, solltet ihr am besten genau zu diesem Zeitpunkt eine Special-Kart-ÜV-Liste bauen. In der Regel ist das so, dass die Karten gut wieder rebounden. Das war es auf jeden Fall zu dem Team of the Season Warm-Up-Event, was wir alles wissen und was so ungefähr rauskommen würde. Da sich jetzt aber noch viele fragen, wie sieht das eigentlich mit dem ganzen TOTS aus, blende ich euch hier einmal natürlich die ganzen TOTS-Release-Daten ein. Das bedeutet, wir bekommen das Community-TOTS am 28. April, das Premier League-TOTS am 5. Mai, die Bundesliga am 12. Mai, La Liga am 19. Mai, Serie A am 26. Mai und die League A am 2. Juni. Das Ultimate-TOTS findet dann am 9. Juni statt. Wenn euch solche Videos weiterhelfen, dann lasst mich das gerne mit einem Like wissen und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Für mich ist das immer ein Riesenaufwand, das Ganze so zu gestalten, dass das wirklich interessant und informativ ist und gerade ein Abo und ein Like helfen mir natürlich dabei nochmal zu wachsen. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Supporter, Leute. Wir sehen uns, macht's gut und ciao.